B 2.3. Der Punkt G auf der Verlängerung der Strecke BC über C hinaus ist Eckpunkt der Dreiecke ABG. Der Winkel BAG hat das Maß 70 Grad. Zeichnen Sie das Dreieck ABG und berechnen Sie die Länge der Strecke CG. Also, wo ist jetzt der Punkt G zu finden? Einmal wissen wir, der Winkel BAG, also hier unten irgendein Winkel, der da hat das Maß von 70 Grad. Zusätzlich wissen wir, der Punkt G soll auf einer Verlängerung der Strecke BC über C hinaus den Eckpunkt ergeben. Also nehmen wir unser Lineal zur Hand und verlängern erstmal die Strecke von B nach C über C hinaus und zeichnen jetzt diesen Winkel mit 70 Grad bei Punkt A ein. So, und da wo sich die beiden Punkte schneiden, da ist auf jeden Fall unser Punkt G zu finden. So, jetzt heißt weiter, berechnen Sie die Länge der Strecke CG. Das ist jetzt etwas ausführlicher, die Aufgabe ist der Aufführpunkte wert. Gehen wir es der Reihe nach durch. Also, hier haben wir einen 70 Grad Winkel drin. So, zeichne ich den noch ein. Was ist noch bekannt? Wir haben AD berechnet mit, wo war es, 7,47? Also, das ist bekannt. Die ist 10 Zentimeter lang. Die BC war auch irgendwo angegeben mit 9,5 Zentimetern. Da lasse ich jetzt mal die Einheit weg. Und die AC mit 8 Zentimetern. Außerdem kennt man den Winkel Beta und den Winkel Epsilon. Die lasse ich jetzt mal so stehen. So, wir kommen jetzt auf die Strecke CG. Das ist das Teilstück hier oben. Hier ist jetzt kein Hinweis angegeben, wie man das berechnen kann. Also schauen wir mit den üblichen Mitteln mal nach. In welchem Dreieck liegt diese Strecke CG? Im Dreieck ACG. Dieses Dreieck ist nicht rechtwinklig. Damit funktionieren nur der Sinussatz oder der Kosinussatz. Was kennen wir als von diesem Dreieck? Momentan nur die Strecke AC. Ansonsten ist nichts bekannt. Also, können wir uns überlegen, ob es der Sinussatz oder der Kosinussatz werden sollte. Die erste Überlegung. Ich gehe jetzt einfach mal vom Sinussatz aus. Also, ich überlege mir, was passiert, wenn ich den Sinussatz ansetze. Und dann kann ich sagen, die Strecke CG geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Von CG gegenüber liegt der Winkel CAG. Ist gleich. Und die Strecke AC ist ja schon bekannt. Also würde sie auch Sinn machen, wenn ich den Sinussatz benutze. Und den gegenüberliegenden Winkel brauche ich. Sinus des gegenüberliegenden Winkels brauche ich noch. Und das ist Winkel A, G, C. So, CG ist gesucht. AC ist bekannt. Die beiden Winkel müssen wir ausrechnen. Jetzt ist einfach die nächste Überlegung. Wie komme ich auf diese beiden Winkel? Ich fange mal mit dem Winkel A, G, C an. Das ist der hier oben. Kann man den irgendwie einfach ausrechnen. Dafür schauen wir uns das Dreieck an. Und uns sollte sofort auffallen, dass in diesem Dreieck A, B, G, also im ganz Großen, kennen wir den Winkel bei A mit 70 Grad, der ist in der Aufgabe gegeben. Und wir kennen den Winkel bei B, das ist der Beta, nämlich mit, wie groß war der, 48,36 Grad. Zwei Winkel sind bekannt, der dritte ist gesucht, also lässt sich der Winkel A, G, C sehr einfach über die Innenwinkelsumme ausrechnen. Also Winkel A, G, C ist gleich 180 Grad minus Winkel, hier unten haben wir den B, A, G und Minuswinkel, ich nenne ihn jetzt G, B, A, das ist gleich wieder C, B, A. Setzen wir ein. 180 Grad minus 70 Grad minus, und hier haben wir die 48,36 Grad. Und es gibt dann einen Winkel von 61,64 Grad. Jawohl, den ersten Winkel haben wir also schon, jetzt bauen wir noch den Winkel C, A, G. Das ist der hier unten, der kleine, der da. So, wie kommen wir jetzt auf dem? Da gibt es jetzt natürlich wieder mehrere Möglichkeiten, die man ansetzen könnte. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, den Winkel D, A, C, also den daneben, den hier zu berechnen. Und dann könnte man nämlich hergehen, die 70 Grad nehmen, einmal diesen D, A, C, diesen blauen Winkel abziehen und dann noch den Epsilon abziehen. Und dann hält man diesen kleinen Teilwinkel übrig. Es gibt auch, wie gesagt, andere Möglichkeiten. Ich benutze jetzt mal die da. Also, ich möchte den Winkel D, A, C. So, wir kommen ja auf den. Wir schauen uns das Dreieck an. Es ist ein rechtwinkliges Dreieck, also gilt Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Pythagoras macht jetzt sicherlich keinen Sinn, weil damit kann ich jetzt hier oben die Strecke berechnen, aber die will ich ja eigentlich gar nicht, sondern ich will den Winkel. Wenn hier ein rechter Winkel ist, dann entspricht die Strecke A, C der Hypotenuse und die Strecke A, D ist die Ankathete, also kann ich den Winkel ohne Probleme mit dem Cosinus berechnen. Ich setze also an, Cosinus des Winkels D, A, C ist gleich und jetzt gilt Ankathete durch die Hypotenuse. Die Ankathete ist die Strecke A, D, die Hypotenuse ist die Strecke A, C. Setzen wir die bekannten Größen ein, dann folgt daraus A, D. Schauen wir nochmal nach, beziehungsweise habe ich hier mit drin aufgeschrieben, sind die 7,47. Das haben wir ja vorhin gerade ausgerechnet und A, C waren 8. So, dann kann ich das jetzt entweder im Solver lösen lassen oder ich forme noch einmal um. D, A, C ist dann gleich Cosinus hoch minus 1, ich muss ja die Umkehrfunktion des Cosinus benutzen und dann kommt in Klammern 7,47 geteilt auf 8. Das tippe ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner ein und kriege für den Winkel D, A, C eine Größe von 20,97 Grad. So, schauen wir nochmal in die Skizze. Also der D, A, C, der blau ist jetzt bekannt. Ich kenne den Epsilon, den haben wir in der ersten Aufgabe ausgerechnet mit, 41,64, eine zweite war es, B2.2 und der ganz große, der BAG, ist hier in der Aufgabe gegeben mit 70 Grad, also alle voneinander abziehen. Daraus folgt, für den Winkel BAG gleich, halt Moment, wir wollen jetzt Winkel, wie heißt er, CAG. Also müssen wir anders aufschreiben. Winkel CAG lässt sich berechnen aus Winkel BAG minus des Winkels BAD minus Winkel DAC. Setzen wir mal ein, BAG waren 70 Grad, der BAD, das waren die 41,64 Grad und den DAC haben wir gerade ausgerechnet mit 20,97 Grad. Das tippt jetzt den Taschenrechner ein und dann kommt raus eine Größe von 7,39 Grad. So, schauen wir mal wieder in unseren Sinussatz. Wir haben den Winkel CAG, wir haben den Winkel AGC und wir haben die Strecke AC. Damit müsste unser Sinussatz jetzt funktionieren und wir können die Strecke CG ausrechnen. Also, ich schreibe es nochmal auf, CG. Die Länge der Strecke CG ist gleich Sinus des gegenüberliegenden Winkels, das war der CAG. ist gleich die Strecke AC durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, das war der AGC, Sinuswinkel AGC. So, ich forme gleich noch einmal um, dieses Sinus CAG kommt mit mal auf die andere Seite rüber und setzt dann gleich ein, AC, das waren 8 cm, geteilt durch Sinus AGC. Den AGC haben wir hier oben gerade berechnet mit 61,64 Grad. Nicht Minus, sondern Mal. Sinus von CAG und der CAG steht hier mit 7,39 Grad. Das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann kriege ich eine Länge von 1,17 Zentimetern. Und damit habe ich die Strecke CG berechnet.